trägerwerk heute extrem gefragt war schon über zwölf prozent vorne ist dann mit dem etwas schwächelnden gesamtmarkt also ein bisschen wieder zurückgekommen hat sehr gute zahlen geliefert hier ist ein medizin und sicherheitstechnik konzern aus dem estax haben gute zahlen geliefert 12,6 prozent umsatzanstieg das ganze wohl bedingt durch eine deutlich verbesserte lieferfähigkeit und jetzt hatte man schon einen sehr großen auftragsbestand der eben aus dem letzten jahr noch gekommen ist und viel von diesem großen auftragsbestand konnte man jetzt dann am ende in tatsächliche geschäfte um münzen und hat dementsprechend hier diesen deutlichen umsatzanstieg von 12,6 prozent geschafft auf inzwischen 790 millionen umsatz die brutto marge die liegt bei 44 prozent konnte nochmal um zehn prozent verbessert werden zum vorjahr und das begründet man hier ganz klar mit einer kostenkontrolle also das was eigentlich in hochzinsphasen gegeben ist dass man nach möglichkeit hier mal schaut wo man ein bisschen sparpotenzial hat und das am ende auch gut durchsetzen kann ohne dass das kerngeschäft beeinträchtigt wird das hat trägerwerk hier geschafft und dementsprechend haben sie es auch endlich geschafft die ebit das ebit wieder positiv zu kriegen im vergleich zum vorjahr im letzten jahr lagen hier noch 36,6 millionen verlust im ebit an und jetzt sind es 29 millionen auf der gewinnseite das ist natürlich schön die auftragseingänge die sind weiter kräftig die haben um 6,8 prozent zugelegt auf 807 millionen inzwischen und diese beiden bereiche des segment medizintechnik hat auch wieder kräftig aufgeholt da war das umsatzwachstum jetzt im letzten quartal nicht so stark dass das umsatzwachstum mit acht prozent ausgefallen und im bereich sicherheitstechnik war das umsatzwachstum immerhin 20 prozent jetzt zeigt sich über die auftragseingänge dass sich das wieder so ein bisschen ausgleicht also segment medizintechnik hat acht prozent neue oft also auftragssteigerung reingekriegt 448 millionen aufträge sind da reingekommen und das segment sicherheitstechnik ist um vier prozent in den aufträgen angestiegen auf 314 millionen also das sieht soweit alles recht schön aus der ausblick der ist auch positiv der hier geliefert worden ist man hatte sowieso schon mit einem umsatz zwischen 7 und 11 prozent steigerung gerechnet und da hat man jetzt gesagt man bleibt bei dieser prognose aber man geht davon aus dass man das obere ende der spanne erreicht also wahrscheinlich so ein umsatzwachstum von zehn elf prozent auf jahresbasis sehr wichtig was die aktie jetzt hier gezeigt hat am kurstechnisch wir haben diese ganzen letzten hochs hier alle überschritten wenn wir da mal kurz drauf schauen das ist also dieser bereich der ist sehr dynamisch übersprungen worden wir haben das letzte hoch rausgenommen wir haben das letzte hoch rausgenommen und damit sind wir hier auch ganz klar aus dieser übergeordneten abwärts sequenz raus denn das hier war im prinzip die ganz große übergeordnete abwärts sequenz und jetzt sind wir quasi mit so einer neu beginnenden aufwärts sequenz hier kleine korrektur und jetzt diese dynamik hier nach oben sind wir über die letzten tiefs raus über die letzten hochs rausgegangen und das ist erstmal absolut bullisch zu werden können wir also bei trägerwerk davon ausgehen dass wir zunächst mal in die nächste widerstandszone reinlaufen und die liegt ziemlich genau hier so bei 52 euro das ist so der bereich der wahrscheinlich etwas schwierig wird zu durchbrechen zumindest im ersten versuch aber wenn ihr jetzt mal auf den chart schaut dann fällt euch vielleicht was auf wir haben hier von diesem level den ersten großen rücksetzer dann haben wir hier einen zweiten rücksetzer der jetzt etwas kleiner ausgefallen ist ja und was würden wir jetzt gerne noch sehen man dritten der noch kleiner ausfällt und dann die reise nach oben ja das wäre eine schöne bodenbildungsformation da hätten wir dann am ende hier auch noch mal sowas ja wie so eine kleine inverse sks formation nicht so richtig schön weil die niveaus hier nicht gleich sind aber trotzdem die konstellation wäre ungefähr gegeben ja und dann dieser klassiker mit den drei rücksetzern die hier am ende immer kleiner werden würde uns eine hohe dynamik bei einem ausbruch nach oben liefern also trägerwerk sollte man auf jeden fall erst mal haben auf der uhr haben am zweiten november werden hier die endgültigen zahlen geliefert für die ersten drei quartale da könnte das ganze noch mal einen schub kriegen nach oben wenn dann vielleicht tatsächlich die prognosen auch angehoben werden hier 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017